Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um 10 Arten von... Zwillingen! Genau, heute ist wieder Vanessa dabei. Und heute ist mein zweiter Videodreh. Ich hoffe, euch gefällt mein Kanal. Und wenn, dann lasst ein Abo da, gebt einen Daumen nach oben oder nach unten. Würde mir nicht so gefallen, aber... Mir auch nicht. Ja, genau, auf jeden Fall möchte ich nicht so viel plabbern und dann geht es gleich los. Die unterschiedlichen. So, dann mache ich mal Hausaufgaben. Hey, Sister! Was ist? Komm! Lass mich Hausaufgaben machen. Komm, ich will Party machen! 12 durch 2 ist gleich 5. Ist doch egal! Ach Mann, lass mich doch in Ruhe. Nein, ich will Party machen mit den geilen Jungs! Nichts... Mich interessieren Jungs gerade nicht. Warum machst du eigentlich nicht Hausaufgaben? Das müsstest du auch machen. Das macht schon meinen Freund für mich. Also, wenn du einen hättest, dann würdest du das auch geben. Entschuldigung, aber ich habe einen. Auch so ein Nerd? Ja, das hätte ich mir schwingen können. 5 plus 5 ist... Mom, Alina mag nicht mit mir Party machen und die macht... Jetzt sag dich, das ist doch nicht der ihr Ernst. Wir müssen Hausaufgaben machen. Das macht mein Freund nur für mich! Und wenn du es falsch machst, dann hast du Pech. 5 plus 5 ist 10. Ich bin froh, wenn ich ein 3 habe. Und ja, dann komme ich eben... Mann! Die Jungsüchtigen! Oh, Alter! Der ist so süß, ne? Meiner hat gerade was übelst niedlichstes geschrieben. Soll ich dir sagen was? Hm? Er hat geschrieben, ich liebe dich von ganzem Herzen. Oh, Meiner hat auch was Süßes geschrieben. Was denn? Ich würde am liebsten jetzt bei dir sein, weil er ist ja auf einer Geschäftsreise und... Mhm. ...da... ...könne ja gerade nicht hier sein. Und da hat er mir einen Kuss geschickt. Oh, Meiner auch. Kleines Geheimnis. Er hat geschrieben, er hasst mich. Was war das? Nicht. Mhm. So. Die Assis. Er ist schon ein Teil, wir müssten dann auch langsam in die Schule, gell? Scheißschule! Ja, stimme ich dir zu. Scheißschule! Scheißschule, Alter! Boah! Meine Frisse, ey. Ich will lieber hier abchillen und hier ist Bier saufen. Genau, das will ich auch machen. Bier ist das Geilste, was du deinem Kind geben kannst. Verstehst du? Mhm. Ja, echt. Echt geiles Bier hier. Ah, die scheiß Schule, ey. Ach komm, ey. Äh. Ey, wir machen krank, weißt du. Ey, hier, Mandy. Wir können hier einfach... Wir machen nicht krank, wir schwänzen. Und ich komm hier, dann wenn ich wieder in die Schule gehe, wenn ich überhaupt wieder in die Schule gehe, dann sag ich dann zu dir, ey, ich hab geschwänzt, Bitch. Ja. Ich war gar nicht krank. Ich hab mich extra hübsch gemacht. Guck mal, wie hübsch ich bin. Ja, ich auch. Oh, du bist so süß. Ah, so süß. Ich gucke jetzt hier. Er ist so süß und groß und süß. Guck mal, der ist so süß. Guck mal, der für Kloppy Augen hat. Der auch. Und meine schöne Kröte auch. Hast du schon mal eine schöne Frigur gesehen mit zwei Kapsen? Ja, bist du auch gut? Ja, ich auch. Hey, wir sind ja auch Zwillinge. Ja. Du bist so süß. Eine Stunde später. Das ist das beste Kuscheltier, das ich hab. Oh, wir haben so Kopfkuschel. Der kann man noch lange machen. Ja, ich bin ja auch. Ja, ich bin ja auch. Ja, ich bin ja auch. Bis zum nächsten Mal.